Hallo, ich bin Annett und ich bin aus Merseburg und habe in Naumburg beim Radio SAW Glücksbad 4200 Euro gewonnen und ich würde allen nur sagen, meldet euch an, das klappt. Glücksbad, Glücksbad bin ich rein, ich will ins Bad, Glücksbad will ich rein, ich will ins Bad. Ja, heute früh war ich richtig doll aufgeregt und wenn man dann auf Arbeit ist, dann hat man natürlich erst mal zu tun, ja ist abgelenkt, aber jetzt in der Wanne und ich fand es toll, wie meine Arbeitskollegen da noch mitgefallen sind. Und es war schon schön, dass sie so super geholfen haben, also es freut mich richtig und ich denke mal den Tag, den werden wir alle nicht vergessen. Drei, eins, go! Und los geht's, die erste Kugel, die erste Kugel, die erste Kugel. Wir müssen die Kugel, genau. Oh, das war toll, ja, das war so aufregend und erfassen tut man es denke ich dann erst spät abends zu Hause. Aber, ja, man ist drangekommen, man muss sich bewerben, das stimmt schon, sonst kann das nicht klappen. Aber es ist doch toll, wie man sich mit so einer kleinen Bewerbung eigentlich so ein großes Glück schaffen kann. Das Radio SAW Glücksbad macht nicht nur sauber, sondern reich.